Es war ein unvergesslicher Sommer. Seitdem sind drei Jahre vergangen. Es ist schon so viel geschehen, doch unsere Reise muss weitergehen. Endlich scheint der Weg zu sein, doch das Ziel ist klar. Überall lauert die Gefahr, hab keine Angst, ich bin für euch da. Ich werde helfen, so gut ich kann, ich werde bei euch sein. Wie weit muss ich gehen, wie viele Kämpfe überstehen? Wollt ihr mich erreichen, dann gebt mir ein Zeichen, ich bin bereit. Ich werde da sein, wenn ihr mich braucht. Ich bin bereit, ich nehm's mit allen auf. Der Weg wird weit sein, wir müssen gehen, um alle Abenteuer zu bestehen. Ich werde da sein, wenn ihr mich braucht. Wir sind ein Team, wir geben niemals auf. Der Weg wird weit sein, wir werden sehen, ob wir die Kraft haben zu bestehen. Denn keiner weiß genau, was kommen wird. Der Weg wird ganz viel beeinflusst. Der Weg wird sehr gut einsch PERSEGEN! Seine St控! Das war sehr lecker, Mama. Das freut mich, TK. Entschuldige, dass ich dich an deinem ersten Tag nicht begleiten kann, aber ich muss das unbedingt fertig kriegen. Tut mir leid. Das macht doch nichts. Ich komm schon allein zurecht. Bis später, dann. Hallo. Hallo, guten Morgen. Wir sind Nachbar. Meine Familie und ich sind gerade hier eingezogen. Ich heiße TK und gehe in die fünfte Klasse. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Ich freue mich auch, dich kennenzulernen. Mein Name ist Joli. Ich bin gerade in die sechste Klasse gekommen. Das heißt, wir können zusammen zur Schule gehen. Das hier ist übrigens Cody. Genau, ich heiße Cody und gehe in die dritte Klasse. Freut mich, dich kennenzulernen. Hallo, Cody. Joli, mein Computer spinnt. Kannst du mal vorbeikommen und ihn dir ansehen? Na klar, gern. Wagt deine Mutter wieder ihre tollen Kekse? Ich schreibe ihr nachher eine E-Mail. Sag ihr, dass du vorbeikommst und bitte sie darum. Super. Papa, das ist doch Tai. So ein Mist. Gib den Ball wieder her. Da war ich wohl ein bisschen zu langsam. Ist was? Hey, deine Brille. Die sieht echt cool aus. Wie bitte? Hey, Davis, willst du da Wurzel entschlagen oder was? Weiter geht's. Also, Davis heißt der. Na logisch. Tai geht doch inzwischen längst aufs Gymnasium. Ja. Komm schon. Ja. 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 Hallo, Kari. Wir sind ja wieder in einer Klasse. Na klar sind wir das. Ich habe gerade jemanden getroffen, der gesagt hat, meine Brille würde echt cool aussehen. Obwohl ich den Typen überhaupt nicht kenne. Echt? Hilfe, Tai! Ich möchte euch zu Beginn der ersten Stunde im neuen Schuljahr einen neuen Mitschüler vorstellen. Hier ist er. Er heißt TK. Ich freue mich, an eurer Schule zu sein. Tag allerseits. Das ist ja der Typ. Ich freue mich, an eureranka. Ich freue mich, an eurer kenne Joy glue damit. Ich hoffe, dass ich die Darulee trude natürlich auch deteriorare.